Der Trump hat ja gesagt, man soll eine Maske aufsetzen, aber er selbst zieht keine auf. Das habe ich jetzt mir auch zu Herzen genommen, weil was der Trump macht, das macht ja immer genau ich nicht. Ich wurde gebeten von meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, hier ein paar Worte zu sagen, warme Worte, nämlich, all dieweil, es gibt einen Anlass, Stahlburg Theater goes online. Toll, nach all den Jahren auf der Bühne, im Saal und auf der Wiese, bevölkern wir jetzt das Netz mit unseren Beiträgen. Wir machen ein Programm für Sie daheim, weil Sie mit Wüßen ja daheim sein jetzt, oder? Also wir schicken das Ihnen in den Computer, auf die Handtelefone, auf Ihre Bügeleisen, Ihre Vibratoren, Mikrowellen, all das, womit Sie da neue Dings empfangen haben. Und wir machen das auf Facebook und auf Instagram, da wo ich mich ja eh immer tummle, schon seit Jahrzehnten eigentlich, da gab es das noch gar nicht, da war ich schon bei Facebook-Klipper. Meine Oma war ja auch Influencerin und wir machen ein buntes Zeug, ein Kesselbuntes, wie gesagt, mit ernsten Politmagazinen und nicht so ernsten anderen Beiträgen. Und mit künstlerischen Darbietungen der Menschen, der Lieben, die bei uns sonst auf der Bühne auftreten, werden hier was zum Besten geben in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren, Jahrzehnten. Wir machen das ja noch nach dem Virus immer noch weiter, das ist ja selbstverständlich. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie heiß, bleiben Sie wacker, schalten Sie zu, wir sind für Sie da. Ja, wie sonst, aha, tschö. So, das war jetzt das.